Bürgermeister dieser Woche, heute stehe ich hier mit Andreas Eckermann, der Mann auf dem Rad, der macht eine Spendenfahrradtour für den Bundesverband Kinder aus Piezdienst und Antje Pieper von der Gemeindeverwaltung und ich haben ihn hier gerne empfangen. Schön, dass Sie hier sind. Danke, hier ist wunderschön in Stemwede und für mich geht es jetzt weiter nach Bannsdorf. Und wir hoffen, dass viel Spenden zusammenkommen. Schöne Woche noch.